wir sind im Team und wer der beste ist und die meisten Kids schafft wie ihr seht ich bin Omega oh mein Gott scheiß Bursch aber scheiß drauf ich bin auf Tastatur ich glaub beide spinnen aber Tastatur ist für mich besser ah ne andersrum wenn euch das Video gefallen hat lasst ein Like bitte da Ah so so Was ist das? Ja, komm, geh mich, komm, komm, komm. Scheiße, Alter. Hat der mich gegessen. Ich bin gleich wieder da. 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 Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Wie geht's euch alle? Ich hätte mich sehr gefreut. Aber ich bin jetzt gerade durch und ist irgendjemand gerade drin. Ich guck mal. Hallo? 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 Ich bin jetzt wieder am Start. Seid ihr alle gespaßt? Ich rasiere schon mit Jell-A-Pel-T, Digga. Spaß. Okay. Morgen mache ich, morgen ist Dienst, nee, Mittwoch, oder heute? Ja, morgen ist Mittwoch und da werde ich eine Bodyflip, irgendwie ein Bodyflip-Video machen. Ich weiß noch nicht, wie viel Uhr das wird, aber jedenfalls, das Video kommt morgen raus. Ja, und, keine Ahnung. Digga, ich brauche eine Skara und kann die Mini-Shieldies immer halt wieder, der Scheiß-Schratt immer. Ey, ich freue mich schon so auf Saison 5, aber irgendwie sieht es so kacke aus, aber irgendwie auch geil. Ich schwinge es vielleicht und dann machen wir ein bisschen Aufgaben zusammen alle. Oh mein Gott. Und das sollte jetzt nur eine Skara sein, aber ist es leider nicht. Da läuft einer. Da läuft ein Arme nach. Und er will mich versieren. Wie schlecht die Spieler sind hier. Oh mein Gott, er hat übelst gehackt. Übelst gehackt. Habt ihr das gesehen, Digga? Ich hab ihn so einen Headshot verpasst. Diese Pumpkin hat leider nur 20 Schaden gemacht. Diese kacken Missgeburt, Digga. Okidoki. Wer ist denn das Gänsechen? Ah, hier seht ihr. Der ist heute im Shop von Bomberin. Und ich hab mir den gekauft. Seht ihr? Ich besitze Äckchen. Dann, ich hab noch die Dingster geholt. Wie ihr seht. Ich beweis es euch. Hier hab ich sie. Hier hab ich sie auch. Und ihr seht Childcase Killer. Hab ich auch. Super. Welchen Skin soll ich nimm? Soll ich den nimm? Oder soll ich die nimm? Ich bin auch mit. Die ist scheiße. D. N. I. Omega. Wow. 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 Okay. Ich mach mich bisschen auffällig. Ein Rucksack dazu. Oder soll ich den nimm? Boah. Der passt so aus. Wie siegt sich auf den König und den Drachen. Und ich nehm einfach mal normal. Wieso du sieg 3, 5, 1. Let's. 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 Ich komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder.